Polizeiberichte Berlin 16. Januar 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht mit hoher Geschwindigkeit gegen das Brandenburger Tor gefahren. Nummer 0081 Mit hoher Geschwindigkeit fuhr in der vergangenen Nacht ein Mann mit einem Auto in Mitte gegen das Brandenburger Tor. Nach Zeugenaussagen steuerte der 26-Jährige den Mercedes gegen 23.30 Uhr auf der Straße unter den Linden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf das Brandenburger Tor zu. Nachdem er mit dem Wagen den Pariser Platz erreicht hatte, prallte er mit dem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein, das daraufhin Luft verlor. Der Wagen steuerte nach links und prallte ungebremst gegen die zweite Säule von rechts. Ein Notfallsanitäter eines zufällig in der Nähe befindlichen Rettungswagens versuchte noch erste Hilfe zu leisten, musste diese jedoch abbrechen, als der Wagen begann zu qualmen. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den 26-Jährigen nur noch tot aus dem Wagen bergen. Zu den Bergungsarbeiten und der Aufnahme des Sachverhaltes blieb der Pariser Platz bis gegen 5 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Hintergrund und zur Todesursache dauern an. Bericht, Steinwürfe aus dem Gleisbett. Nummer 0082. Gestern Abend kam es zu einem täglichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte der Polizei in Mitte. Zwei Frauen im Alter von 30 und 33 Jahren sollen gegen 18.30 Uhr erheblichen Widerstand gegen einen durch Polizeikräfte ausgesprochenen Platzverweis auf dem U-Bahnhof Friedrichstraße geleistet haben. Eine der beiden Tatverdächtigen kletterte in das Gleisbett und bewarf die eingesetzten Kräfte von dort aus mit Steinen. Ihre 30-jährige Bekannte trat gleichzeitig nach einem Beamten und warf mit einer halbvollen Plastikflasche nach ihm. Unterdessen konnte ihre Steinewerfende Begleiterin unverletzt aus dem Gleisbett gezogen werden. Da beide Frauen angaben, schwanger zu sein, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten beide vorgeblichen Schwangerschaften ausgeschlossen werden. Die betroffenen Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen, verblieben aber im Dienst. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West. Bericht, Herd mit Gasdosen gefüllt, man festgenommen. Nummer 0083. Die Wohnungsmieterin eines Mehrfamilienhauses in der Allee der Kosmonauten in Marzahn rief gestern gegen 22 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie in dem Gebäude einen verdächtigen Geruch festgestellt hatte. Beim Betreten der Wohnung, in der der Geruch lokalisiert werden konnte, bemerkten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen eingeschalteten Elektroherd, in dem sich mit Gas gefüllte Dosen befanden. Sie stellten umgehend alle Sicherungen aus und lüfteten den betroffenen Bereich. Verletzt wurde niemand. Der Wohnungsmieter war nicht anwesend. Hinzu alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin leiteten umgehend eine Fahndung nach dem 28-jährigen Mann ein, der nach seiner Rückkehr heute Morgen an seiner Wohnanschrift festgenommen werden konnte. Er soll zeitnah einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion, Gas, hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen. Sie dauern an. Bericht, 25 Lieferfahrzeuge in Brand. Nummer 0084. In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Brandstiftung nach Tempelhof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 3.40 Uhr 25 Lieferfahrzeuge auf einem Parkplatz an der Germania-Straße gebrannt haben. Davon wiesen 18 Wagen einen brandbedingten Totalschaden auf, sieben Fahrzeuge wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Während der Löscharbeiten wurden die Bereiche Felixstraße-Germania-Straße, die Anschlussstellen Bab-Tempelhofer-Damm in Fahrtrichtung Süd und Bab-Oberland-Straße in Fahrtrichtung Nord sowie der Britzer-Tunnel ab 4 Uhr für rund eine halbe Stunde gesperrt. Auch der öffentliche Personennahverkehr war betroffen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, 20 Umzugskartons mit Cannabis und anderen Drogen sichergestellt. Nummer 0085. Rund 272 Kilogramm Cannabis und zahlreiche weitere Drogen konnten am vergangenen Freitag nach wochenlangen gemeinsamen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin beschlagnahmt werden. Vier Männer, Alter, 22, 35, 38 und 38 Jahre und eine 42 Jahre alte Frau wurden nach den mehrwöchigen Observations- und Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen. Seit Samstag befinden sich drei in Untersuchungshaft, zwei weitere sind haftverschont. Einer der 38-Jährigen, der in seiner eigenen Wohnung schon ein Kilogramm Cannabis verwahrt haben soll, soll mit dem 22-Jährigen und dem 35-Jährigen in einem Mercedes Sprinter rund 170 Kilogramm Marihuana in 14 Umzugskartons und in einer sogenannten Bunkerwohnung weitere 9 Kilogramm Marihuana und 94 Kilogramm Haschisch in sechs weiteren Umzugskartons zum Verkauf bereitgehalten haben. Gemeinsam mit dem anderen 38-Jährigen und der Frau soll er außerdem in einer Wohnung in Lichterfelde weitere Betäubungsmittel zum Weiterverkauf verwahrt haben, unter anderem 4,13 Kilogramm Ecstasy, 1,6 Kilogramm Psylokybin-haltige Pilze, 8,1 Kilogramm Haschisch, 10,5 Kilogramm Amphetamin, sechs Glasflaschen Drohflu mit jeweils 500 Milligramm purem THC-Destillat und ein Kilogramm Kokain. Die weiteren Ermittlungen dauern an.